Jo Leute und damit willkommen zurück zu Echo mit dem Jerry. Hi. Hi. Jetzt sieht er sich grad aus, wie geht. Zieh deine Hose wieder an. Und wir mit dem Centus Black, weil der hampe man das ja hier mal vergisst. Oh ja, hi, mit den guten Centus, hi. Hi. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Warum hab ich jetzt einen Dschungel neben mir? Hattest du die Bäume nicht beim letzten Mal hingesetzt sogar? Ja, ich hatte die Hing... Boah, Joke, guck dir den mal an, das sind schon Mammutbäume. Wir müssten sagen, es ist jetzt zwei Wochen her, wo wir es zuletzt aufgenommen haben. Ich weiß die Steuerung nicht mehr. Zwei Wochen. Und in den zwei Wochen kam ein neues Update. Jetzt gibt's Dschungel. Dass die Performance besser läuft. Aber in der Zeit hab ich meine OBS-Einstellung nochmal geändert. Also, ja gut. Wenn das ein bisschen rücken sollte in der Aufnahme, verzeiht's mir. Ist halt so. Also, recht gehabt. Weil sonst muss ich die Ränder-Details so weit runterschrauben und es sieht scheiße aus. Naja. So kleine, so mini, so alpha, nee. Kleine Millisekunden hab ich auch. Was ist eigentlich mit dem Mammutbaum wieder? Beim letzten Mal, ich war mal kurz auf den Server. Und da war der Setzling gar nicht mehr da. Ist das vielleicht so wie bei Minecraft, dass du vier Stück benutzen müsstest? Nee, ne? Das ist doch nicht für den Mammutbaum, oder? Warte mal. Ich hab selber da hinten welche gepflanzt. Ich will mal gucken, ob die gepflanzt, äh, gewachsen sind. Aber ich hab die, glaub ich, im falschen Biom gemacht. Deswegen ist das eigentlich auch egal, ne? Die sind wahrscheinlich eh... Hey, wo war'n das? Hier vorne, ne? Ja, das Ding sitzt schon wieder nicht mehr. Naja. Machen wir keine. Da sind Mammutbaum vom Ausstaben bedroht. Das können wir nix ändern. Aber normalerweise, warte mal, ähm... Natürlich ist das jetzt da. Wollten wir sowieso nicht das hier ausbeuten. Diese Welt. Ach, wie kommst du denn da drauf? Boah, Alter, das ist ja wirklich ein Dschungel geworden bei mir. Scheiße. Ich hab mich beschwert letztes Mal, dass ich hier kein Holz hatte. Und jetzt hab ich zu viel. Um Weltdaten, Biom, ähm... Oh, ist ja dunkel. Ah, sieht man eigentlich jetzt den... Ah, guck mal, wir haben noch 114 Tage. Korea-White-Biom gehört da, ne? Nee. Ist das. Weiß ich nicht. Äh, warte mal. Welt. Bestell ich mir einmal. Oh, es geht los. Wie lange dauert das? Zehn Minuten. Dann haben wir einen großen, fetten Ofen. Sehr schön. Dann können wir Eisen schmelzen. Eisen. Bäume. Ja, das ist das. Pflanzen. Ist aber hier drin bei. Äh... Es fällt immer noch diese Suchleiste, dass du eintippen kannst. Mammutbaumbevölkerung. Okay. Da, wo die standen, war das schon mal nicht. Scheinbar haben wir sowas hier auch nicht. Vielleicht sind das ja so Bäume, die man nur einmal... Also die nur einmal da sind und kann man nie wieder anpflanzen. Das kann sein. Weil davon haben wir nämlich nix. Dann wäre das aber mit dem Setzling total sinnlos. Eigentlich ja. Naja. So. So, okay. Ja. Was habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich weiß das nicht mehr. Ach ja. Ich kann nur noch zweimal erwinnen. Das sehe ich gerade. Ich kann noch dreimal. Und gleich viermal. Ja. Stimmt. Ich wollte auch nochmal auf Basic Engineering auch aufgehen. Weil ich das brauche. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte ein paar Sachen freischalten. Und... Da rauf. Ey. Okay. Ey, wir müssen bald mal hier alles platt machen. Das nervt ja. So. Ey, sowas sagt man doch nicht. Doch. Diese Fähigkeit gibt dir eine Eisensense. Aber du hast zur Zeit keinen Platz mehr. Ach ja, die Kisten haben einen größeren Platz, ne? Äh, ja. Deine besonderen Kisten, ja. Ja, besonders die Kiste, wo ich getestet habe und die so viel Platz hat. Hast du die noch? Ja. Klar, ich schmeiß die doch nicht weg. Und ich hab die nicht. Pech. Oder hab ich mir noch eine angefertigt? Äh, gestern sag ich schon. Damals. Nein, weil ich das schon vorher umgestellt hatte. So was hab ich nicht. Weg. Reiner mit. Reiner mit. Reiner mit. Die Reichweite müsste auch passen jetzt. Naja. Mal gucken, was ich heute mache. Ich glaube, ich fäll' erstmal einen Baum. Ja. So, jetzt kann ich's lernen. Wenn du die Eisensense nicht ins Inventar machen kannst, dann kannst du's auch nicht lernen. Du musst erst mal Platz machen. Was haben die gut gemacht? So, äh, verfällt die dann irgendwie nicht oder so. Also verschwindet, eher gesagt. Gott, wie schnell. Au! Das Spiel ist laut! Warte mal, ich muss da gleich was ändern. Ja, musste ich auch schon machen. Aber irgendwie ist das grad ein bisschen zu leise. Was? Au, der hat mir grad nur das Ohr weggebrüllt. Demba! Jetzt ist es zu leise. Okay, dann level ich mal schnell noch, was ich grad gemacht hab. Ja, geht das schnell. Okay, dampf. Na, 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 na. will ich mal ein bisschen Fiber dadurch? Äh. Fahr mal. So. Fertig. Ähm, Werkzeug... Werkzeugeffizienz sammen. Verändert die Kalorien, bla, bla, bla. Werkzeugverstärke sammeln. Erhöht den Ring verbundener Werkzeug um eins. Ach, verbundener Werkzeuge. Verwundener Werkzeug, ist klar. Kann ich nicht mehr lesen. Ähm. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Erhöht den Ernteertrag von Pflanzen um 20%. Erhöht den Ernteertrag von natürlichen Pflanzen um 20%. Ne, ich nehm Ernte. Weil wenn wir Felder haben, dann kriegen wir mehr daraus. So. Aber wieso? Das ist einfach nur super. Super, super. Boah. Ich hab keinen Weg mehr bei mir zum Durchkommen. Alles voller Gras. Du hast wahrscheinlich schon alles platt gemacht gehabt, ne? Damals. Jetzt muss ich wieder alles platt machen. Ja. Jetzt hat sich die Natur einfach alles zurückgeholt. Na, dafür haben wir ja diesen Stampfer, ne? Ja, ich mach ein bisschen mit der Sensor. Hul ich mir noch ein paar Fasern da raus. Ja, ja. Ich muss diesen Stampfer noch reparieren. Du musst deinen Stampfer reparieren? Ja. Du kannst dich jetzt ja auch bauen, ne? Sollte ich ja. Sollte jetzt gehen, ja? Zack. So. Guck mal, wie viel Holz man jetzt aus diesem Kettenbäum hat. Super. Mammutbaum, Mammutbaum. Immer diese Mammutbäume. Ja, da gehen wir immer noch am meisten, ey. Das sowieso. Und hungert man am schnellsten. Man hat das aber immer mit diesem so, so, dann hier, dann das, dann so. Ja, wenn man was am Licht hat, dann sagt man oft so. Jetzt geht's weiter. Okay, vier Minuten. Und dann dieses, okay, hm, ja, okay. Yo. Okay. Glas. So, jetzt hab ich da wieder Weg und jetzt hab ich schon wieder so gesagt. Und er sagt schon wieder so. Äh, ja. Oder, äh. Rüber. Rüber. Warte mal, warte mal. Warte mal. Ausbessern. Ich hab so viele Löcher, ich mein, warum hab ich hier so viele Löcher? Mein Loch im Kopf fast. Ah, 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 ah. Nein, ich mein, hier sind einfach Löcher. Ja, Loch im Kopf. Das darf ja nicht sein. Guck mal, du warst hier schon, sind aber meine Löcher immer im Vorgang. Ja, ja, ist klar. Akzeptier ich nicht. Das wird wahrscheinlich sein, wegen dem neuen Update, dass ich, wegen den Peinungen da. Hm. Das ist doof. So, aber guck mal, wie schön das eigentlich aussieht mit den Bäumen hier so. Weil wir hier einfach wieder Bäume gewachsen sind. Deswegen soll man echt den Server laufen lassen oder einfach schlafen liegen, wenn man halt am Spielen ist. Ja. Na, 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 na. Nein, 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 nein. Okay, was ist los? Ich habe so eine Rampe gebaut. Wow. Und ich darf jetzt wieder abbauen. Ich weiß nicht, wie man dreht. Wie dreht man denn? Genau. Einmal abbauen. Aber wie drehe ich denn? Achso, mit Q und R. Aha. und dann nochmal hinbauen so meine mine wird aber miniger ich versuche bis zum mittelpunkt der erde da baue ich mir eine stadt auf und dann kam ich der astroid mal aber das stimmte was ich gerade meinte dass du halt erstmal abbauen musst und dann wieder neu hinsetzen musst dass das wieder aktiviert wird das ist irgendwie immer noch so ein bug der richtig lange drin ist ok ja ok oh gott meine nase läuft live wohin läuft sie denn noch zwei minuten ich hoffe ich kann das immer passieren ich weiß gar nicht wie groß ist dieser ofen bisschen groß bisschen sehr groß ist die schmelze ich hoffe ich muss hier nicht anbauen doch weil die nach oben hin auch relativ groß ist scheiße na gut ich baue schon mal ein neues haus ich weiß nicht ob der trick noch geht aber es gibt es einen trick halt da kannst du das rohr oben zubauen und dann irgendwann arbeitet die natürlich nicht mehr dann musst du das einmal frei machen dann kommt der ganze smug raus und dann kannst du das irgendwie dazu machen und dann arbeitet die so lange weiter bis das irgendwie dazu ist smug ok ja aber wir da ja halt gucken müssen ne dass wir nicht zu viel smug vollziehen und wir brauchen halt ne riesen höhle die nach unten geht das baue ich schon du meinst wegen müll mhm ich hab gehört man darf die bloß nicht irgendwie so an natur ranlassen ne sonst hast du ja richtiges die muss eigentlich fünf blöcke von der decke weg sein mhm ja gut dann baue ich schon 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 eine mine wird das ein spaß aber wir können ja auch ein unterirdisches lager bauen für holz und alles normalerweise oder für die endprodukte unsere mülle und so die schmeißen wir dann einfach in so in meine mine ich baue daraus so ne so ne lager naja mach mal guck mal wir machen mal deutschland nach deutschland deutschland wir entsorgen den müll den ihr holt äh den ihr macht den entsorgen wir so noch 20 minuten äh 20 sekunden ach ja ich wollte ja kochen beim letzten mal lernen stimmt ja aber dafür brauche ich ja 25 eisenbahnen noch metzgertisch ich habe jetzt zwischen stehen und lagerfeuer braten muss ich wieder neu machen weiter von welcher gegessen habt was wollte ich eigentlich wollte elektroniker mechaniker wollte ich machen so da komme ich ran ja cool da wo ich eisenbahnen kupferbahnen und ein wasserrad fünf wasserräder da kommt er nicht von sagt jetzt geht's los leute jetzt geht's los wie groß das ding ist äh willst du mich verarschen willst du mich verarschen ich hab doch gesagt dass das ding groß ist das soll groß sein das ist klein hä das ist doch nicht das richtige ok doch es könnte das richtige sein da kann man auch eisen schmelzen aber das ist ja süß ja aber bei dir passt das ja nicht rein oder doch ja das ist gerade zwei blöcke groß dann hast du dann hast du was anderes gebaut ja aber kann man das nicht damit aufmachen klar eisenbahnen goldbahnen kupferbahnen kann ich ja auch herstellen aber die haben noch mal was geändert ich weiß das ja nicht was alles dazu kam ja ich wette es ist die kleine man hat ja eh am Anfang immer so alte sachen hoch erbraten wir gehen da jetzt noch mal achja wofür muss ich hier an den meskertisch toll ist das süß ey ich hab mit Panik hier Sorgen gemacht ich guck gleich mal ja ne ist gut ich mach jetzt mal Lagerplatz fahren ich guck trotzdem gleich mal brauchst du nicht doch oh Gott dieses durchscrollen leck gerade ich muss gleich noch mal jagen gehen ich hab irgendwo ne Truhe die sehr groß ist stehen ich hab auch so ne Megatruhe ich weiß aber nicht wo die stehen ich hab die mir angezeigt also eigentlich in meiner nähe ach jetzt dreht sich das ding auch cool vier stück wir gucken mal was der da drüben meint aber ich bin eigentlich der Meinung dass das ding halt relativ groß ist aber erstmal fäll ich diesen komischen dumm baum hier mal gucken wie laut Timber ist achso kein Brennstoff ich brauch Kohle ok das fehlt er noch achso die Leiste aktiviert sich erst dann und wieder weil durch das Update wohl irgendwie weg war und dadurch aktiviert sich das halt nochmal neu ok jetzt ist mit dem Holzfäden auch wieder da dann gucken wir mal was der Doofkop da macht der Doofkop ok ich geh an deiner Miene vorbeimach da so fallen da erstmal die ganzen Blöcke um das Ding ist neu das Ding ist neu man hört dich nicht wenn du irgendwas sagst das Ding ist neu ich kenn das Ding nicht was bist du hier nicht gucken was denn mein Büro ich weiß gar nicht warum ich das ich hab irgendwie alles einmal gebaut und deswegen ist nämlich alles ok kann ich auch ich verbrauch dafür aber essen wo dran baust du das Ding eigentlich hier ne was das kleine süße Ding hab ich hierher von dem Ofen von dem Ofen ja der ist nämlich neu der gab es vorher nicht mhm Rennhofen Toll aber ich weiß nicht ich hab jetzt Eisen aber ich brauch 20 Eisenerz um einen Barren zu machen das ist Wucher aber ich kann es irgendwie nicht machen Schmelzen hast du gelernt ne was Fertigkeitsbuch äh was kann ne Schmelzen hab ich noch nicht ja ich glaub da ist das Ding nämlich mit bei oh scheiß ich bau noch ein bisschen Eisenerz dann kann ich das lernen ja gut soviel dazu äh warte mal ob ich grad Punkte gemacht bei Engineering nur weil ich reingeguckt hab oder was ey äh ja gut äh das bedeutet hier ist ja immer noch Kohle ne hier ist keine Kohle mit drin äh ach ich kann sogar Holz verbrauchen aber den kann ich doch jetzt eigentlich normalerweise auch bauen oder nicht ja ja gar nicht wenn du den Ofen hast ja genau aber ne warte du bist meine Sachen dafür wahrscheinlich nein ich mach den auch gar nicht achso ich dachte weil ich hab nicht mehr so viel vor allem ich hab keine Sachen du kannst das eh nicht machen Stein ja Steinmetztisch aber Steinmetzt kann ich ja noch nicht ne ich suche mal nach Eisen komm komm dann kann ich den Schmieder bauen Schmiede boah ich will jetzt nicht graben nach Eisen Stein normal hast du nicht mehr ne oder doch da kannst du ich hab eigentlich genug was du zu Stein machen kannst hä natürlich hab ich doch noch Stein hier ach 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 in den anderen Lagen ich hab von da oben jetzt genommen hä wenn wir mal jetzt diesen Brennofen mal machen was am meisten das ist gerade so komisch hä also ne Stein doch da hab ich noch sehr viel Stein ok komisch hier drin was machst du jetzt ich will mir den Brennofen machen grad aber sind hier Steine runter gefallen hä ich weiß das nicht ich bin dran vorbeigelaufen und mit einmal machst das nur Klocken boah man muss ja aufpassen hier stürzen einfach Steine von der Decke das ist ja gefährlich die Bauarbeit hier du merkst das so warte mal gibt's hier noch ein bisschen Eisen ich hab da das Eisen her warum hab ich hier nur eine Eisenquelle gegangen da du ja hier sowso die anderen Steine nicht brauchst komm zeig dir das nicht an hast du da deswegen ne ihr fetten Viecher ähhhh tadaa da ist noch so viel drin Eisenherz cool jo 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 der Jeremy hat nen Schaden oder der Jeremy oh lol leck ok gib mir so ne ok ich hab nochmal 8 Eisenherz geholt ja gibst das bei dir unten in der Mine oder was ne ne gehst du hier in der Wüste musst du na gut in der Mine kannst du wahrscheinlich erstmal suchen bis du da was findest ja kannst du graben so viel du willst das wird wahrscheinlich so 20 Ebenen tiefer sein ja wahrscheinlich haben die die Ebenen verändert dass das später erst kommt ja weil früher hast du das richtig schnell gefunden ja findest du jetzt eigentlich auch auf Oberfläche ne warum arbeitest du jetzt eigentlich bei mir ich hab gesagt ich will mir den Brennhof machen ich hab keinen Steinmetztisch äh keinen Steinmetztisch Steinmetz Steinmetz ne Mining hab ich ja noch gar nicht gelernt Steinmetz ja auch noch nicht steinmetz ich hab den Tisch aber schon ja deswegen kann ich an den Tisch arbeiten hä nein den Steinmetztisch der sieht anders aus das ist der hier warte Steinmetz 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 20 ne ich will den Schmieden lernen 20 Stück brauch ich dafür eijajei aber dafür brauchst du auch den Backofen ach ne Stein ich brauch sehr viel Stein und ich brauche Mörtel 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 Maja Mach' ich aber auch schnell das Steffel Wenn ich so viel hätte Im Glück kann man immer die sache in der Warteschlange machen Ja hab ich gerade Aber 26,27 Minuten Hahahaha Ok, ich gehe mal jagen Warte mal, du benutzt gerade meins und ich soll jetzt hier warten Du machst auch andere Sachen noch nebenbei Und ich bring dir ja auch Fleisch mit Also sag mal ganz ruhig Ne, ich meine bloß, dass du gerade Ja, weil du das kannst Ja, ich kann ja nicht Ich muss ja warten, bis du jetzt die Zeit um hast Bis ich das da machen kann Ja, dann ist das halt so Alter, du Heuloch Hast du nicht auch diesen Steinmetz? Ich kann den Beruf doch noch gar nicht Wie oft denn noch? Sag das doch gleich Ich hab den Beruf noch gar nicht gelernt Ach, wie hieß denn der Oh, Wasserrad, hier unten Wie viel hab ich gesagt? Fünf Wasserräder brauch ich, ne? Für was? Alter, fünf Wasserräder